so leute es ist mal wieder soweit heute spielt das wetter endlich mal wieder mit das heißt die drohne geht in die lüfte ihr wisst bescheid wir haben uns hier eine schöne herbstliche ecke ausgesucht ich war hier bisher selber noch nie aber ihr seht es die bäume wundervoll gefärbt gucken wir mal was wir mit der drohne heute alles so rausholen können und dann würde ich sagen viel spaß beim video so so Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Freunde, wir befinden uns an der sogenannten Arlheimer Gedenkstätte. Es sieht jetzt auf den ersten Blick nicht sonderlich wild aus, aber die Besonderheit daran ist, dass wir hier auf über 500 Metern über den Meeresspiegel sind. Deswegen höre ich mich auch ein bisschen außer der Puste an. War ein anstrengender Weg hier hoch. Ich baue jetzt mal alles auf und dann sehen wir uns gleich im Video. Ich baue jetzt mal alles auf und dann sehen wir uns gleich im Video. So Leute, wie schon angekündigt gibt es eine kleine Verlosung und zwar könnt ihr diese Drohne hier gewinnen. Die Infos, wie ihr diese Drohne gewinnen könnt, findet ihr in der Videobeschreibung. Müsst ihr einfach mal reinschauen und dann wünsche ich euch allen viel Glück.